Servus Leute, falls ihr Videos, Bilder oder Audioaufnahmen aus dem Stadion habt und es gerne mit uns teilen möchtet, könnt ihr in der Beschreibung auf den WhatsApp-Link gehen und es mir direkt zukommen lassen. Selbstverständlich werden wir eure Namen mit einblenden, falls ihr das möchtet, wir würden uns über ein paar Einsendungen freuen mit freundlichen Grüßen, euer Minzer Bub.